Und wir stellen mal die Kostenfunktion auf und die Kostenfunktion ist eine sehr simple in diesem Fall, denn wir haben einfach eine gewisse Menge an Kapital, die muss man pro Einheit bezahlen und eine gewisse Menge an Arbeit und die muss man pro Einheit bezahlen. Und die Gesamtkosten, ich nenne sie jetzt mal groß C, die Gesamtkosten sind einfach die Menge an Arbeit, die ich habe und die hat ihren Preis pro Einheit, also PL, Preis der Arbeit, mal Menge an eingesetzter Arbeit und ich habe auch Kapitalkosten und auch wieder pro Einheit muss ich eben den Preis des Kapitals bezahlen. Und das wären eben meine Gesamtkosten. Jetzt würde ich am liebsten eben in gleicher Weise, weil wir nach einer grafischen Lösung suchen, das Ganze in das gleiche Diagramm eintragen, welches wir eben hatten und wir hatten ja K auf der Y-Achse, also lösen wir auch das auf nach K, also einfach der Menge eingesetzten Kapitals, dann kriegen wir K ist gleich Groß C durch PK, sorry, Minus PL durch PK mal die Menge an Arbeit. Also ihr würdet eben hier jetzt das auf die andere Seite bringen und dann durch PK teilen. Wenn wir das hier jetzt vielleicht erst mal einzeichnen, dann wird uns auffallen, das ist eine lineare Funktion, aber solange wir unsere Gesamtkosten hier Groß C nicht irgendwie fixieren, wissen wir praktisch nicht, wo wir jetzt diese lineare Funktion in das Diagramm einzeichnen sollen. Also sagen wir zur Vereinfachung für konstante Kosten, ja. Das ist sozusagen die Annahme eines zu verausgabenden fixen Budgets, ja. Annahme eines fixen Budgets, welches auch ausgegeben werden soll. Ergibt sich jetzt einer ISO-Kosten, gerade. ISO heißt wieder gleich, also eine gerade gleiche Kosten. Und eben im gleichen Diagramm, welches eben aus Kapital und Arbeitseinsatz bestand, können wir jetzt diese ISO-Kosten gerade abtragen. Wir sehen als allererstes der Achsenabschnitt Groß C durch PK, also die Gesamtkosten geteilt durch den Preis des Kapitals und das macht auch sehr viel Sinn. Wie viel Einheiten Kapital werde ich mir leisten können? Ja, eben wenn ich mein gesamtes Budget oder mein auszugebendes Budget, sprich meine Gesamtkosten durch den Preis pro Kosteneinheit teile. Ja, so viel Einheiten, äh, durch den Preis des Kapitals pro Einheit teile. Also so viel Einheiten Kapital kann ich mir leisten, ja. Also hier hätte ich praktisch nur Kapitalkosten. Und danach, wenn ich weniger Kapital, das ist ja das Maximum an Kapital, was ich mir leisten kann, weniger Kapital, aber dafür mehr Arbeit haben will, dann muss ich in einem festen Verhältnis, hier in diesem relativen Preisverhältnis auf Kapital verzichten. Also wenn ich jetzt mehr Arbeit einsetzen will, eine Einheit Arbeit mehr, auf wie viel Kapital muss ich verzichten? Ja, auf den relativen Preis der Arbeit zum Kapital. Ja, also wenn Arbeit doppelt so teuer ist wie Kapital, dann müsste ich um zwei Einheiten verzichten, dann wäre das Ganze hier etwas steiler. Quatsch. Wenn Arbeit, äh, sorry, wenn Arbeit doppelt so teuer ist wie Kapital, ja doch, genau, dann wäre das Ganze hier steiler, ja. Also, dieses Preisverhältnis, wenn sich die Preise nicht ändern, das ist eben einfach, dann hier gibt uns eine Gerade, also wir haben eine lineare Funktion, und ich zeige es dir mal umgekehrt, wie ich es eben gesagt habe, also beispielsweise hier so eine Steigung von 0,5. Also wir haben hier diese ISO-Kosten gerade, gleiche Kosten, wir geben unser Gesamtbudget aus, für Kapital oder für Arbeit, und uns interessiert hauptsächlich eben die Steigung von diesem Ding, und die Steigung war das negative Preisverhältnis. PL durch PK. Und hier unten im anderen Extrem, wenn wir jetzt gar nichts für Kapital ausgeben und alles verarbeitet hätten wir eben nur Arbeitskosten, aber hauptsächlich interessiert uns eben hier die Steigung. Gut, was bedeutet diese ISO-Kosten gerade? Wir interpretieren die Punkte entlang dieser Gerade. Was bedeuten alle diese Punkte? Das sind die maximalen Mengen von Kapital und Arbeit, die ich mir mit diesem gegebenen Budget überhaupt leisten kann. Also, wir wissen schon, wie viel wir uns maximal leisten können, mit einem gegebenen Budget, wie viel maximal an Arbeit und Kapital zu holen ist, und wir wissen auch von vorher, in welchem Verhältnis sich Kapital und Arbeit ersetzen lassen. Wir fragen uns eigentlich, was ist die optimale Menge, oder was ist das optimale Verhältnis von Kapital und Arbeit? Wir wissen, wie die sich ersetzen lassen entlang einer jeden ISO-Quante. Jetzt wisst ihr aber zusätzlich noch, weil ihr die dreidimensionale Vorstellung im Kopf habt, ja, diese ISO-Quanten, von denen gibt es ja unendlich viele, und wir wollen natürlich eine ISO-Quante erreichen, bei dem wir ein möglichst hohes, ja, einen möglichst hohen Ertrag haben. Gegeben, die maximalen Einsatzmengen von Kapital und Arbeit stehen schon fest. Dann ist die Lösung ja nicht mehr weit weg. Eine möglichst hohe ISO-Quante zu erreichen. Gegeben, wir haben ein Maximum an Kapital und Arbeit, was wir überhaupt erreichen können, also verschiedene Möglichkeiten, die wir überhaupt erreichen können, ISO-Kosten gerade. Dann bringen wir einfach das beides zusammen und werden sehen, dass wir dann eben hier in dieser Vorstellung, wir wollen die höchste ISO-Quante erreichen, so eine Tangentialbedingung ableiten können. Und die ist dann eben auch, weil das immer wieder vorkommt, dann für euer weiteres Studium relativ wichtig. Also jetzt schlicht das Zusammenfügen. Wir haben ja das gleiche Diagramm verwendet für beides, also das Zusammenfügen von ISO-Quanten.